Hallo ihr Lieben, Heinrich und Gysi. Heute möchten wir euch gerne eine Empfehlung aussprechen und zwar, ihr erinnert euch noch für die, die in den Traumpartner Kongress teilgenommen haben, an Madeline Bergner. Madeline Bergner war einer der Top-Interview-Partner und war auch sehr erfolgreich und ist auch gewählt worden, war unter den 5 besten Interviews damals. Und sie hat natürlich logischerweise auch ihr eigener Homepage und zwar, das ist die www.jetztbewusstleben.com. Dort hat sie auch ein Geschenk für euch vorbereitet, aber das steht alles in der Newsletter. Aber warum wir Madeline jetzt empfehlen wollen, ist ganz einfach, sie macht Bewusstseinsreisen. Ja, was ist das? Das wollten wir auch wissen und wir haben beide an so einer Bewusstseinsreise teilgenommen und wir sind einfach nur begeistert, so begeistert, dass wir euch das wirklich sehr gerne weiterempfehlen möchten. Ja, die Madeline führt dich sehr intuitiv an Orte, die du vorher nicht kennengelernt hast und bringt dich ganz tief zu dir selbst. Und da fließt unglaublich viel Liebe mit und du fühlst dich hinterher einfach wunderbar und hast auch einige Erkenntnisse für dich, um weiterzukommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, so eine Bewusstseinsreise zu machen und dich liebevoll von Madeline da hinein geleiten zu lassen in deine Welt. Genau, das geht ganz einfach per Telefon oder per Skype. Also ihr müsst ja nicht zu Madeline nach Hause oder in die Praxis. Ja, was gibt es noch zu sagen? Achso, ja genau. Genau, extra für alle Teilnehmer oder für alle, die in unserer Newsletterliste sind, hat Madeline einen Gutscheincode von 20% zur Verfügung gestellt. Also jeder, der so eine Bewusstseinsreise machen möchte mit ihr, bekommt auf die Kosten 20% Rabatt. Finde ich eine tolle Sache. Tolle Sache. Macht die ganze Sache auch attraktiver für euch. Und ja, im Grunde schaut euch die Seite an. In der E-Mail werden wir alle Details nochmal, oder haben wir alle Details nochmal schriftlich fixiert. Denkt drüber nach, vielleicht ist das ja auch was für euch. Und an dieser Stelle möchte ich, Gisi, mich auch in Heinrichs Namen nochmal ganz herzlich für eure wundervollen Feedbacks bedanken. Fragen zu dem vorletzten Newsletter oder überhaupt, die in der letzten Zeit so zu uns gekommen sind. Einige habe ich geschafft zu beantworten, die anderen leider nicht. Sorry dafür, wenn es nicht bei jedem klappt, dass ich antworten kann. Das sind zum Teil sehr, sehr berührende Feedbacks und ich danke euch einfach ganz herzlich dafür. Ja, die Texte, die gestalten wir eigentlich zusammen, aber formulieren, tue ich sie. Da kam nämlich eine Frage, wer schreibt die Texte eigentlich? Ja, ich bin's. Genau, Gisi ist das Schreibtalent bei uns. Sie hat eine sehr schöne Art, sich auszudrücken. Die Inhalte sind von uns gemeinsam. Oder wenn wir eben jeder ein einzelnes Video machen, eigene Themen, die wichtig sind, dann sind das schon jeweils unsere Inhalte, aber die Texte formuliert letztendlich dann Gisi. Okay. Das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch viel Sonne, viel Sonne, genau. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht ist auch mittlerweile der Blog freigeschaltet. Schaut mal drauf. Also an dem Tag, wo wir das jetzt, das Video machen, steht kurz vor der Vollendung www.dielebenswanderer.de. Da findet ihr unseren neuen Blog, wo wir demnächst auch noch viel mehr inspirierende Inhalte veröffentlichen wollen. Extra für euch. Für alle, die gerne unsere Texte lesen. Genau. Das war's. Schönes Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.